und los hallo freunde der leichten unterhaltung da sind wir wieder zu einer runde bernodette blatt party und mit dabei ist der valvo und hallo der anno moin und der bernose guten tag der joker und schnitzel letztes level oder steaks letztes level ohne checkpoints wir haben gleich mal die leben auf 30 hochgestellt und das ist die zeit ist unendlich okay ich wollte mich auf dem arm nehmen Dann gab's den Arimapfel. Jo, klar. Bzzzz. Ja, was mach ich denn hier? Dann glaub man, man kann doch drüber gehen. Wie, um die Ecke? Eine Kettensäge. Boah. Du komm extra assig, direkt vorm Ziel, jemanden zu zerstückeln. Ja. Ja. Da, Weibard schon mal wenigstens mitgenommen. Wo ist denn hier der Check? Ach, jetzt geht's doch. Hahaha. Oh mein Gott. Wo ist denn hier der Check? Wenn man hier einmal nach unten fällt, dann ist man, ne? Tot. Oh Gott. Friesen Geräusche. Boah. 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 Boah, boah. Nein, 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 nein. Jetzt geht's rollen. Okay. Oh, die ist ja viel einfacher. Anna bist du ganz vorne, oder? Ja. Es gibt ja keine Checkpoints. Ja, kann ja sein, dass du runtergefallen wirst. Boah. Ja, ich war runtergefallen in die Lava. Und dann bin ich verbratzelt. Britzel, Bratzel, Brutzel. Achtung. Achtung, Joker. Achtung. Da fehlt was. Ah! Danke. Haha, alter. Das ist voll gemein. Alter. Oh, danke. Boah, alter. Oh shit. Das wird ein langer Schwung. Oh Gott. Oh Gott. Und dann legt dieses Geleuchte einen auch oft auf die Augen, ey. Oh, die Eier. Das ist auch. Oh, scheiß. Oh mein Gott. So weit seid ihr denn schon, ey? Das ist nicht euer Ernst, Team. Hat jemand seine Beine vollgefallen? Okay, wo geht's weiter? Ist der schwarze Stein da? Da hat jemand seine Beine verloren. Oh, da hinten muss man hin, okay? Jo, ich gebe euch einen Tipp. Ohne Beine könnte er nicht schaffen. Okay. Muss ich am Ende ein Hühnchen nehmen. Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben. Bist du durch, Banosa? Ich bin ganz oben, ja. Ernsthaft? Ist das schon im Goal, oder was? Nein, kann ich nicht, weil ich keine Beine mehr hab. Also kannst du von vorne anfangen, oder? Ja. Du musst komplett oben ankommen. Oh ja, klar. Da mach ich jetzt den Springer. Mir fehlt ein Bein, das sollte reichen, oder? Ja, du musst die Arme haben. Also du musst auf jeden Fall weiter in die Hand nehmen können. Du musst die Arme haben. Du musst die Arme haben. Du hast die Arme schön, du hast die Arme schön. Und wo musst du springen? Ja, zum Goal. Sieht der ganz hinten da aus. Ja, das siehst du doch, das Goal. Ne, ich seh's wohl nicht. Hä? Das ist auf dieser Plattform da in der Lager. So schwer finde ich das jetzt nicht hier, aber... Ach, da unten? Das mit den Messern, das ist ekel. Nein! Verdammt! Weil wenn du da einmal verkackst, dann kannst du neu anfangen. Ja, Gott. Hat geschehen. Nein! Nicht loslassen, du Arschloch! Ich hab nur... Oh. Da ist jetzt jemand in die Lava geflogen. Vor am Check, vor am Ziel. Ach, krieg ich die Motten. Ach, du Kacke. Jetzt kommen wir gleich zu der schönen Stelle. Ach komm, ey. Meine. Ich weiß auch, mit dem Messer, das ist ja richtig fach für den Arschweil. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Ach so. Ach so. Wo vor denn? Nichts, nichts. Ach. Da fehlt ein weißer Stein. Davor. Davor. Davor hab ich ja schon alles gesehen. Hä? Das Ziel ist auf dieser Plattform da hinten in der Lave? Wie kommt man denn da hin? Hühnchen. Oh. Hinten immer in den Kopf hochschmeiß. Wieso brauchen wir für das Hühnchen Beine? Oh. Sonst kannst du dir die Hand nehmen, die Dinger. Eins brauchst du zumindest. Nein! Eich Idiot. Wie lange hättest du nen Kopf geworfen oder so? Mein Kopf ist noch explodiert. Mein Gehirn ist noch da. Meine Gehirn und ich auch, wie das heißt. Leckerchen. Bieren auf Eis. Ich bin ne Gehirnschnecke. Das war ich glaube ich in der ersten Folge tatsächlich. Achtung, Achtung, Achtung. Da fehlt was. Banosa. Ja, ich weiß. Das ist ein Loch. Also das ist mir wert. Egal ob. Boah. Das ist so scheiße, der Sprung, ne? Weil wir hier fehlen also bei diesen Dreier Messern da auf jeden Fall von der rechten Seite aus. Hier zu springen. Da hast du bessere Chancen. Geschafft! Ich hab's geschafft! Von der rechten Seite? Ja okay. Aber du hast auch noch mehr Messer? Ja. Aber das letzte hier. Das untere habe ich jetzt nicht geschafft, aber das obere da bin ich zarteilt worden. Ich trau mich noch nicht. Deswegen bin ich hier oben auch als Gehirn. Ja das glaube ich so ne Schleimspruch von dir kann das sein. Das war zu früh, das war doch zu früh. Scheiße. Nehm mir wieder ein Bein an. Ich seh dich noch nicht jocke. Ich bin hier unten. Scheiße. Nein. Okay. Das selbe nochmal. Ich hab ein Bein verloren, äh ein Fuß. Hühnchen nehme ein Hund. Hier auch nicht mehr. Äh. Wo ist denn hier ein Hühnchen? Nein. Und wie das kann man doch finden. Wie viel weiter unten musst du da. Also. Das kann man doch nicht schaffen. Ach komm Schatz. Oh Gott da springe ich da nehm ich Idiot. Das kann man doch nicht schaffen. Ich stürze immer mit dem Hühnchen ab. Habt du es hier schon mal geschafft mit dem Hühnchen? Ich war noch nicht mal beim. Also ich war zwar schon beim Hühnchen aber. Hey. Ich war auch schon beim Hühnchen aber. Ja. Bist du schon mal gesprungen auf dem Hühnchen? Gott, geh mich vor. Ja. Ich hatte ja keine Beine mehr. Dann war ich der Einzige der bisher zweimal? Nein. Im Hühnchen? Ich war einmal beim Hühnchen. Da eben kannst du mit dem Hühnchen. Ja ja das habe ich auch gemacht. Okay. Aber es hat trotzdem nicht gereicht. Nein. Was ist denn jetzt? Boah krieg ich die Motten. Jetzt mach ich zu viele Fehler hier vorne. Boah krieg ich die Motten. Ey bitte. Ich hasse alles hier. Ich hasse alles hier. Ich hasse alles hier. Arschloch ey. Du könntest es sogar mit dem Endeffekt Arno. Ja. Das hilft mir aber herzlich wenig. Wenn ich da oben wahrscheinlich wieder eins verliere. Ja man. Die Mucke hat mich auch an Surgeon Simulator. Ja. Irgendwie schon ne. An was? Surgeon Simulator. Oh nein. Achso. Stimmst du ja. Achso. Ist doch nicht sogar dieselbe. Hallo Arno. Könnte man es. Da kriegt ich nichts mehr hin. Naja auf Ankomster zum Pursok echt nicht mehr läuft. Aber mit einem Bein werde ich es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Nicht, wenn ich dich nochmal in die Finger kriege. Oh, ist das eine Scheiße. Ich bin genau in der Plattform verreckt von dem Ziel. Ja. Genau an der Ecke. Wie soll man denn das schaffen? Das schaffst du. Und du hast auch schon den Anlauf gemacht oder? Ja, du musst genau an der Kante am Ende los springen. Mit Sprint. Achso, ja das schon. Also wie gesagt, ich war genau an der Kante vom Ziel. Jetzt gerade. Ja, aber es hat ihm scheinbar dann doch nicht gereicht. Ich bin auch nicht genau an der Kante losgesprungen. Okay. Ich bin daneben. Aber ich habe es geschafft. Ja. Jocke. Alter, nimm dir die Animation noch aus dem Bildschirm raus. Ich sehe nichts. Oh, nice Jocke. Respekt. Da müsste noch so eine Blutspur an mir von mir am Stahlträger sein. Als ich denn mit Detrun hatte... Oh, ich muss eigentlich meine Hände schnippen. Fick dich ins Loch. Als ich Detrun hatte, bin ich mit... Ja, hab Speed aufgenommen. Und bin aber die Plattform dann nicht vollends, sondern bin links so weggekippt. Also nicht vollends, aber das hat trotzdem ausgerechnet. Hm, okay. Bin zwar ein bisschen zu hoch gewesen. Ich habe noch ein paar Teile verloren, aber... Oh, es hat gereicht. Sollen wir das so schön durch einsammeln? Ne. Bring'n wir die mit. Respekt. Fetten Respekt, Jocke. Danke. Oh Gott. Wo bist du bei Nause? Ansogen. Das hat schon zu lange gedauert, bei Nause. Du musst sofort, wenn du das hast, losrennen. Ja. Klingt echt schwer, ich weiß, aber... Okay, und Anno jetzt. Und? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hat's gerold. Nein. Nein. Er ist total zappklatscht. Er ist total zappklatscht. Wenn's da so gut aus, du warst aber zu hoch. Und bist deswegen daneben voll zappklatscht. Okay, so, jetzt ich. Der nächste. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus bei Malmo. Ist der auch zu hoch? Oh Gott, oh Gott. Ja, es habt ihr. Der ist auf der Plattform. Der klatscht. Nein, ich sag sowas nicht. Yes. Oh, schön. Stark. Mein Zweifel. Oh. 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 Alter, ich schwitze. Meine Tastatur schwitzt. Ihhh. 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 Ich schwitze. 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 Wir schwitze. Stimmt. Ich schwitze. Stimmt, Search & Simulator. Das kann man eigentlich ganz kurz vergleichen. Nehmen wir heute meinen Zombie auseinander. Ch möh. Gehen wir nicht. Das Messer hätte ich fast voll übersehen bei der Nause, wo du gerade bist. Da andere schon beim Huhn? Nein. Nein. Der Bannause. Und da geht er ab. Sieht gut aus. Ja, aber nicht zu hoch. Nicht das oder neben. Oh Gott. Jetzt kannst du loslassen. Ja. Au jau. Ich sitze hier. Hallo? Ich mag nicht mehr. Oh, habe ich was verloren? Bitte jetzt echt nicht, 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 nicht. Oh bitte Leute. Das ist schon so schwer genug. Ja, und auf den Zuschauern was bieten. Also Ando, nehmen und sofort los. Es ist zu spät, es ist zu spät, bleib stehen. Es ist zu spät. Er könnte es noch schaffen, aber er kommt auf Anwort auf. Na doch. Oh Gott, das ist... Das war daneben. Ich denke, das war schrecklich. Das war daneben. Der geht im Schrei. Irgendwann ist der Wurm drin. Da ist der Wurm drin. Ich weiß, dass ihr könnt danach noch ein Level machen. Nein, 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 nein. Hättest du genau weitermachen können? Ach, scheiß so drauf. Go, Ando, go, Ando. Alter! Alter! Nein! Ach, weißt du was? Hauptsache, Anna hat keine Lust mehr. Ey, wir haben uns 15 Minuten. Uuuuh! Uuuuh! Super, jetzt haben wir eine kurze Folge. Da hat es mir genauso gereicht, wie dir eben, Walvo. Oh ja, wir suchen wirklich noch was raus. Tuchen wir noch eine raus? Müssen wir einen Cut machen eben, ne? Mhm. Dann, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Los. So, da sind wir wieder zurück, nach dem kurzen Cut. Und wir haben uns zwei neue Maps ausgesucht. Mit dabei natürlich wieder der Walvo bei Nose. Hallo. Juhu. 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 Ich glaube, jemand kommt drüber, dahinter sind Sägeblätter. Nein, der ist ne Falsch. Super, scheiß Sägeblätter. Oh, cool. Danke. Juhu ist ja an deinem Hersteller. Nein, dieses ist ja mal frech, ey. Ich hab nur ne Falltür, ihr wollt's mich verarschen. Ach, ich hab den Checkpoint. Haha. Oh, fick dich. Nein, oh, der ist auch ne Falltür. Laser, Axt, alles, jawohl. Wir könnten uns auch gleich einen anderen noch raussuchen. Oh, ficken. Ach, du Scheiße. Du Arschloch. Wuhu. Ich werd sowas von töten. So wie du mich eben? Genau. Äh. Ey, die Elemente kenn ich noch gar nicht. Ey, du lebst doch noch. Stell dich immer nicht so an. Ma. Oh, mein Gott. Alter, oben wird dann noch lustiger. Das sag ich dir. Oh, war das denn der nächsten Checkpoint. Nein, du sagst. Alter, wollt ihr mich auf den Arm nehmen oder wie? Das... Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Warum nicht? Stell dich mal nicht so an da. Das ist ein Laser. Ah. 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 Anno der Rechte gibt den Kopf hier rum. Nein. Aber die alle basteln können schon wieder. Nächster Checkpoint, jawoll. Aber es leckt. Ja, jetzt wuckelt gerade. Ach man. So schaffe ich das nie darauf. Halvo drück noch mal Enter. Bock, 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 bock. Ich bin gerade verreckt oder so, ich sehe noch nichts. Ja, du stehst am Checkpoint bei mir. Ich stehe eigentlich auf den Kopf, auf den Halm, aber es geht auch nicht weiter. Also ich sehe nichts mehr, ich habe nur noch ein Standbild. Ich habe jetzt mal respawned. Ja, zwischendurch kommen ein paar Frames durch, aber... Warte mal, ich gehe mal kurz zum Desktop. Bringt euch alles nichts, oder? Ne. Vielleicht schmeißt du mich ja gleich wieder aus dem Spiel raus. Ach, vermute es fast, ne? Warte. Ne, doch nicht. Scheuer. Ich töte dabei Ando auf viele verschiedene kreative Möglichkeiten. Ich kriege das gar nicht mit, ich sehe immer nur, wenn ich mal... Oh, was ist das denn jetzt? Quatsch! Wollt's am Matsch von Mittelfinger. Oh, das ist schön. Ich hatte ja auch gern. Ja, ne Leute. Können wir total empfehlen die Map. Also bislang? Also... Ja gut, also das... Das Stock hatten wir ja schon bei verschiedensten Maps auch beim... Ja, ja, ja. Jetzt hängt sie wieder. Ich meine... Wir können ja noch nichts sagen zur Map. Ja, jetzt... Jetzt kam gerade kurz was. Oh, jetzt... Jetzt hängt's wieder. Kann einer von den anderen zwei nochmal respawnen? Das ist allem... Jetzt. Endlich. Oh, scheiße. Oh, nein. Möchten sie sich das Farbschema ändern? Alter, wie bin ich denn da überhaupt jemals hochgekommen, ey? Wie kann Farbschema ändern? Danke. Au! Du sag, du blöder. Oh, dat ist ja hier vielleicht mies. Na? Oh, mal auf. Oh, dann nehm ich mal Jump'n'Roney. Hey! Tschö. Der war schön, ne? Anno. Nimm das. Wie hast du das denn gemacht? Oh, oh. Oh, ne. Nicht so wie du. Oh Gott. Easy. Oh, diese Sprünge, ey. Ach du Scheiße. Nee. Oh, nicht nur wieder Hühnchen. Au! Au! Ich habe eine Kreissäge fest. Ich höre es hinter mir noch. Das war wohl der Anno. Oh, was ist das? Hast du die Hühnchen geschafft, Anno? Ja, ja. Ach du Scheiße. Mit der Kreissäge und das ist übel da. Ach du Scheiße. Du hast hier halb aufgeschnittenen Gehirn. Sieht fast so aus, ja. Hallo Jocke. Hallo. Hä? Warte mal, ich versuche mal was. Oh Scheiße. Hey. Aber es war nicht richtig schlecht. Bist du in der Wirklichkeit? Ich sehe nichts. Oh. Oh. Hoffe ich. Tschüss, tschüss. Haha. Ciao. Na. Ich sehe nichts, Mann. So, scheiße Kamera. Nein. Boah, die Kreissäge war da weh. Ach komm, ey. Also ich habe den Kopf mal geschmissen gehabt und bis vor dem vorletzten bin ich gekommen. Ja. Du kannst in den Zwischenräumen stehen bleiben, aber du darfst nicht zu nah an den Sägeblättern kommen. Oder an den... Oder an den Liningern da. Sonst ist es möglich. Ich bin auch in die Säge gespringt. Ach. Und dann bin ich auch in die Säge gespringt. Fick dich hinter den Arsch. Oh shit. Warum muss ich jetzt respawnen? Hä? Ich bin jetzt gestorben. Oh shit. Oh ist das mies, Leute. Ist das mies. Kannst nach dem Sprung nicht einfach ein Checkpoint geben bitte. Äh. Nein. Ah. Oh ist das. Also Kopf werfen funktioniert? Ja. Aber danach ist halt noch ekliger als... Eklig. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen oder was? Mach du zuerst, Banause. Wollt ihr mich verarschen oder was? Nein. Ich bin nix. Krrrrrrrr. das ist schön wer du hast mich runter ich töte dich so mann du kackbratze du bist doch ein unfähiges stück ehrlich wir haben die kopf geschmissen auf der entfernung damit mit einlaufen und mit ja mit einem guten winkel sind doch nicht verwachtbar weil du es schaffst es wird dann noch engliger was für eine scheiß map ich habe ihn nicht mit kopfschmeißen geschafft und wir brauchen zwei leute sehr schön okay ich warte dann mal kann man nicht auf die rohre zu springen aber das geht nicht weil immer noch bei den sägeblättern ich hab gerade mal versucht auf die rohre zu springen aber das geht nicht jetzt leckt das wieder ich lasse dir den vortritt das muss doch möglich sein ich weiß dass es geht der aufzustehen ach komm ey ja scheiße da kann es doch nicht so toll da kannst du noch nicht durch rennen willst du machen es kommt ja nur runter als kopf kannst du es machen du kannst das kopf nehmen hier laufen du müsstest erstmal kopf sein gut du kannst dich schmeißen schmeißt den kopf und auf der seite entlang wie seid ihr an den sägeblättern weg kopf auf der seite entlang wie geht es doch den kopf du blödmann mann gott was ist das was ist das hier oh gott weg da super wie gibt es hier mal wo oh scheiße hier war ich mal okay einfach auf der seite ja auf der seite geht es gut okay das funktioniert doch den kopf darüber du altes kackstück von zombie brauchst du mich noch mal ne ne man kommt doch so hoch danke so jetzt auf der seite entlang ja genau passt 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 gut gut so und darunter rein scroll ja hier war nie mehr ganz laut nein du hast ihn wie schön go banause go ano alter willst du mich verarschen bei irgendwen sehe ich gerade nur den kopf ich kann es kaum einschätzen eine banause wirft doch deinen kopf einfach ja meinst du weil ich da gerade probiere der schmeißt den aber nicht der setzt den dann wieder auf hä ja ich weiß ich nicht ob da gerade zwischendurch den back ist oder so boah die merke ist echt ganz schön krass so was kopf werfen ne aber noch nicht von hier ne ne von dort wo einer steht und wohin ja genau da wo banause gerade ist ja ich hab's geschafft ja schön also du musst auf jeden Fall mit sprinten und hoch springen musst du den kopf schmeißen und dann ziemlich weit habe ich nicht einmal genau ach schade kurz davor ach du scheiße gut eigentlich also ich würde empfehlen wenn du wirklich ein kopf bist so wie walbo schon meinte ja genau ein kopf und da entlang banause ja oder so ja geht so auch ja sehr schön jetzt springen und das gut timen ja ja und jetzt jetzt genau und das brauchst du dann auch noch ne du schaffst das auch so naja also da ist eine falltür ok oh ok jetzt auf der seite bleiben und drüber springen mit zweimal oder einmal und nicht ohne schelle kassieren au solange du noch bein hast sieht es noch ja sieht gut aus ich stehe neben mir auf ok das war verpackt oder ja manchmal steht der neben auf keine ahnung warum bleib einfach rechts wie rechts ja da du kannst doch du kannst doch hier direkt da siehst du doch das bei der falltür daneben ein balken ist oder da kannst du doch entlang laufen ganz rechts da wird mir das nicht abgesäbelt da vorne bei der kreis sense ja dann springst du halt dort genau kommen wir noch mehr oh gott da vorne ja der hammer äh pfff 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 ich warte mal 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 voll froh jetzt richtig timen am besten von hinten jetzt gleich weiter sonst kriegst du auf obwohl ich bei dem hoch meine größte problematik hatte ich hab den schuss endlich wirklich mein kopf da geschmissen wo denn in der mitte stand echt weil der hammer mich dann immer getroffen hat von hinten hoch ok oder ich die zweiten sprung ich hier nicht bekommen habe also es wäre unangenehm jetzt los aber ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht also wenn es hinter dir geht du musst auf jeden fall wenn du dir entgegenkommt ja 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 und jetzt genau und jetzt einfach einfach die Ventilatoren hoch das kann ich naja da wäre fast dein Bein weg gewesen wo oh ha springen ja kannst nochmal achso das man braucht hier zwei ah jetzt ganz links oder ganz rechts auf jeden Fall pass auf da gib mir eine Handkante ein High Five die endet wahrscheinlich genau da wo die Lasers sind oder die YOLO Schelle gewinne mach keine Ahnung wir haben Überlänge oh 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 so vorsichtig da kommen jetzt Hühner was hat der mit diesen ganzen Dosen hier das ist Ausdauer und da ganz unten muss ich hin oder was ja ruhig durch oh god da wo Start steht ha 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 Tschööö Sauber hey 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 was heißt Defeat verloren weil du nicht Erster warst ja ja sehr schön ey einer mit 35 Respawns von dem ich verarscht ha 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 ja das wär natürlich wär natürlich auch cool wenn sie das einbauen wer allein die wenigstens respawn hat der hat den trotzdem einbauen müssen mhm naja könnte man als interne Regel nehmen ja ha 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 gut guck mal nur 137 Respawns geil hey das war's mal wieder mit einer Folge das war also die Schleimbeutel Map genau mit der ersten die erste vielen Dank an Balbo am Banause und an Andreselder Baywart jup dann würde ich gerne und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann tschüss 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 tschüss